Hallo Leute, was geht? Ich bin auf der Suche nach einer Freundin! Okay, ich bin wirklich auf der Suche nach einer Freundin und es ist wieder in so einer Zeit, mit 16 Jahren meine Freundin zu finden. Deswegen sind wir jetzt auf der seriösen Seite knuddelt. Ach, sowas ist auch schön. Wir schreiben hier schon mit dem lieben Butler James. Also, mit dem würde ich mich auch gerne treffen. Okay, was stimmt. Ich bin dein Butler James, aber ich müsste bei Curls tun. Scheinst du, als wärst du beschäftigt. Ja, das ist richtig. Ich müsste chatten! Alles klar, gleich haben wir es. Bist du weiblich oder männlich? Leute, eigentlich bin ich männlich, aber ich gebe mich heute mal zu weib aus. Großartig, dann zum nächsten Schritt. Verrätst du mir bitte, wie alt du bist? Scheiße. Ich bin elf. Was? Ich bin zu jung. Ich bin elf. Ich bin elf. Otera, Otera, Otera! Otera, Otera! Otera... Otera... Wait, what? Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Oder wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert sehr gerne. Das wird mir zeigen, dass ihr mehr Videos wollt in so einer Art und Weise. Jetzt würde ich sagen, danke für Zusehen. Und dann würde ich sagen, euch noch einen schönen Abend. Ciao.